Yo, willkommen zurück zu Zombier! Da ist der Speicherpunkt und hier geht's jetzt weiter. Da muss ich nur mal gucken, bin ich da schon gewesen oder wo kam ich denn eigentlich her? Von da oder von da? Da schieß ich erstmal in Popo! Und dann in den Kopf. Guck einfach hier nochmal rein. Ui! Das sieht aber recht bunt aus. Ich glaube, da bin ich noch nicht gewesen. Was macht... Ah, krass! Und jetzt? Trink ich erstmal ein Bier auf den Schreck. Haha. Achso, ihr wollt's schon sagen. Komm ich ja gar nicht hin. Was ist das mit diesem Boden hier? Ich hab's gewusst, das ist nicht normal. What the fuck? Huuu! Baba! Alter, das sind wie das diese... Das ist Gestrüpp gewesen. Ach, ich geh erstmal zurück. Ich brauch noch Bier. Yes! Yes! Hallo! Sprinten und so? Achso, ging ja auf der Treppe nicht. Feuerlöcher! Was war denn da oben drin? Was war denn da oben drin? Er geht auf den Block. Hä? Hä? Hallo? Nichts? Ach doch, hier geht's weiter. Bin ich von hier gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ach richtig, die Un... Unkleidekabine. Da bin ich aber gewesen. Hup, da lang. Kann ja natürlich nicht sprinten hier. Aber ich hab nicht da rum geguckt. Wow, 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 wow! Verpisst euch! Verpisst euch! Nein, die auch noch! Weg da! Oh, und Bier! Wow! Wow! Okay, da komm ich eh nicht mehr rein. Voll dumm, wenn ich jetzt nochmal durchgehe, passiert das ja nochmal. So, ich muss mal eben das Ding hier knacken. Jawoll! Eintrinken bitte! Äh, Bathroom? Gebt jetzt keine Toilette. Okay, passiert ja nichts mehr. Gut, dann geht's jetzt hier unten in den bunten Raum weiter. Mit dem bunten Teppich. Das sind doch die Bomben, ne? Aber ich glaube, hab ich noch voll. Sechs Stück. Molotow Cocktail. Ah, ich hab nicht mehr die Scope, ne? Die konnte ich nur da oben an dem... an dem Ständer nutzen. Müsste mal im letzten Part, oder vorletzten, gucken. Also von dem hier aus gesehen. Das war nice. Ach, das war ein Dreirad. Da komm ich nicht rein, das weiß ich. Und schon wieder will er Bier. Man muss ja so viel trinken, man. Es ist voll. Ja. I'm safe. Wie. Wie. Kommt mir aber auch bekannt vor. Was geht denn da oben ab? Hätte Party, oder was? Boah, die drücken mir direkt mal die Kisten weg hier. Was ist mit denen los? Boah. 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 Wenn ich hier feile, dann kommen die aus der Tür raus, die Zombies. Oh. Bin voll. Was heißt das Null? Ach, ich habe keine Munition mehr hier für die Waffe. Natürlich blöd. Da knacke ich nochmal den Automaten hier. Immer da, wo zwei sind, geht es ja dann eigentlich. Wie war das gleich nochmal? Ach, eh. Kurz vergessen, mit welcher Taste ich die aufnehme. Ja, leicht ange... ...heitert. Komm. Ich hoffe, da kommt keiner. Boah, der geht aber ab, ey. Jawoll. Jetzt kann ich auch die aufnehmen. Aber die andere Waffe finde ich irgendwie trotzdem cooler. Boah, da noch eine. Oh. Da hört euch doch was. No more Puckets. Wer will denn da was? Danke für das Bier. Bam, in deinen Arsch. Oh. Der ist ja schon tot. Haha. La Lila's. Es ist voll, es ist voll. Ach so, voll. Ja, trink doch. Nostruviel. Nostruviel. So, irgendwas hier oben noch, was ich... Höh, höh. Nix. Warum Nachschlag? Mach die Bude auf. Ah, mit Springen geht's schneller. Die Treppen hoch. Und Durst. Wieder mal. Höre zu. Ah, guck mal. Wir haben auch nur noch zwei. Einiges an Pokalen geholt hier. Die Mayenne Swarms. Was bedeutet das denn hier? Eine fette, fette Party, oder was? Wow. Wenn ich jetzt noch besoffen wäre, dann würde es hier richtig ulkig werden. Mach ich aber nicht. Ah, das ist hier. Das Football-Feld. Das Geräusch. Ach, da sind wieder die Drecksdinger gewesen. Guck mal, der da. Der hat was für mich. Na? Finished. Liegt überall Zeug rum. Bier, Mitte mal auf... Platz. Ja, ja, sehr entspannt. Was ist denn da in der Mitte drin? Ist das so eine Art, äh... Quarantäne? Ah, da oben. Guck mal. Der hässliche Dekan. Warum das? Ach so, das sind die Falschen. Äh, ich hab doch welche. Da hab ich das für nicht bemerkt. Na die... Boah, guck mal, ey. Aha, guck mal. Zehn von zehn. Dildo. Dann nehm ich aber trotzdem hier die fette Wumme. Hallo, trinken bitte. Ja, jetzt. Kannst du den auch mitnehmen? So, du tust mir nix. Jetzt geh ich mal da hinten. Ach so, da ist nur ein Automat. Der ist irgendwie so langsam hier, hab ich das Gefühl. Okay, da gibt es nichts. Seltsames Stadion. Vor allem da oben. VIP-Lounge, oder was? Oder Kameras. Und Stadionsprecher. Was haben wir denn da? Ach, das ist ein Typ, lol. Der hat ne Flasche im Pupser drin. Oh, yeah. Yeah. Ah, da ist das eine Model. Aber ich geh erstmal hier rumgucken. Der hat nämlich auch noch... Hallo? Gib mir das. Finde Jessica. Hab ich schon gefunden, die Star. Oder Jessica. Hallo? Who are you? Are you infected? No. Why are you dressed like an alcoholic superhero? Weil ich es bin. Is that a pink Dildo? Ja? My girlfriend. He could be the last boy in the world and he's got a fucking girlfriend. Haha. Can't, I mean need it. Wait for me here. Sorry? Oh, yes. I said fresh grass. Oh, yeah. It's exceptional for this year. Oh, no. Oh, je. Mach doch das Tor auf. Zombiru. Zombiru. Mensch. Kannst du nicht alleine in deiner Sicherheit stehen. Vor allem will ich den Dildo haben. Hab ich den noch? Hab ich den der gegeben? Ah, kriegst du dich? Ah, das war glaube ich jetzt nicht so günstig. Ich geh mal hier aufs M. Möchte ich da hochkommen. So, von wo kommen sie denn jetzt? Ja, toll. Von jürgenswo. Dann stehen die alle dann da, ey. Komm schon. Ja. Mal eben gucken und trinken. Ah, guck mal dahinter. Da ist noch was. Sehr schön. Ach, das ist nur ein Mumpeln. Ja, ne? Hast du dich sofort in eine neue verguckt hier? In das Model. Willst du spielen? Hallo? Okay, ich geh mal weiter. Schluss mit lustig. Molly! Da bist... Ah, sind das Munition? Das ist Munition, ja. Für die hier, ne? Boah, das Rot hier, da kamen doch immer bisher Gegner raus. Boah, da gibt's so viel. Aber ich wette, wenn ich hier drin bin... Nein, ich wusste es. Oh, da hat Karen. Du Heslon. Boah, hier. Erstmal das Zeug nehmen, was ich noch nicht hab. Full loaded. Komm schon. Komm runter, wenn du was willst. Ja, komm. Oh. Wird nicht einfach. Am besten immer in Bewegung bleiben. Und dann kommen sie natürlich auch von hinten, ey. War so klar. Ja, nicht mit dem Dildo und nicht hier drauf stehen bleiben, Junge. Hui. Trink, 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 trink. Trink schneller, bitte. Boah. Lauf und trink. Da ist so langsam mit der Wumme. Ach, da war noch eine. Was passiert jetzt? Oh, da ist eine ganze Kiste Bier. Nein! Da will ich doch noch gar nicht hin, Mann. Oh, du Vollidiot. Ich muss doch hier das Zeug noch nehmen. Okay. So, erst mal. Hä? Ach so, jetzt geht es nochmal. Ja, komm. Ich kenn die Animation schon. Boah, lebt der noch, oder was? Alter. Hau ab! Stirb doch sofort! Guck mal, wie viele! Hui! Boah. Nein! Ich kann die Muni mehr. Da auch nicht? Kann doch gar nicht sein. Okay, die lassen mich aber in Frieden, wie es aussieht. Ah, weil ich zum Zombie werde. Bedeutet, jetzt kommen sie wieder. Sag ich doch. Boah, wieso geht das denn nicht, wenn ich in deinen hässlichen Kopf schieße, du? Fully loaded. Entgegner-Style. So, und jetzt muss ich da drauf. Boah. Natürlich, ey. Trink. Links, klick. Oh, verkackt. Nein! So, weißt du was? Hier füll dich erst mal auf. Und trinken kannst du auch gerne. Hallo? Erstmal mit trinken? Oh, komm schon. Gib mir doch Zeit zum trinken, wenn ich Durst hab. Ähm. Die Hosen von dem. Hässlich. Let's go! Oh, es kommt so von der Seite. Und schon wieder. Jetzt hab ich kein Bier mehr, oder was? Kann ich kein Bier mehr aufheben, ey? Was ist denn das jetzt? Aber die tun mir auch nichts. Das ist jetzt da eh blöd, ne? Werf. Werf es. Ich kann nichts mehr machen. Ich muss warten. Ja. Bis ich tot bin, weil ich kein Bier mehr hatte. Bist ein Hildbampfer. Ja, nochmal versuchen. Würde ich aber sagen, machen wir dann im nächsten Part, ne? Ich danke fürs Einschalten. Bewerten bitte nicht vergessen. Cooler Augen. Guck. Ja, und... Dann würde ich sagen, haut rein. Bis dahin. Tschüss.